Ja, wir müssen Kontakt zu ihnen aufnehmen und es geht weiter mit einer Session Resident Evil mit Jake und Jerry, äh, Sherry, 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 das ist schon wie Tom und Sherry. So, und ich hoffe, dass die Kampagne jetzt ein bisschen besser wird. Okay, geht's schon direkt wieder los mit dem Geballer, wenn meine Hoffnung wird schon wieder zerstört. Mein Gott, da war noch einer. Na, wo ist er? Ich hab's doch gehört, oder ist er oben? Oh, gibt's bestimmt irgendwas. Irgendein Special, irgendwelche super Waffenkisten. Und eine Schachfigur. Ha, toll. Wieso ist denn mein Inventar jetzt eigentlich so anders? Oder ist das schon die ganze Zeit so mit der Energie? Das sah doch vorher anders aus, oder? Oh, da ist ein Schlüssel. Danke. Eine ID-Metalle. Was in der Hölle ist das? Hui, tschüss. Da, eine Koi. So ein Koi, hab ich so ein Koi. 30 Zentimeter. Wollen wir mal ein bisschen leiser machen. Meine Ohren fliegen sind sonst weg. Ach, ja. Na, schönes Anwesen übrigens. Hey, das ist doch... Das sieht aus wie das Anwesen, wo der Leon war. Ich muss euch noch erinnern. Äh, ja. Was ist jetzt? So. Ich muss nix mit rumkrabbeln und Spinnereien hier. Ach, gut, das machen. Eine ganze Armee ist schon wieder da hinten. Boah, wie die abgeht. Ach, übrigens. Ich hab ja auch noch was zum Abgehen. Noch einmal. Ich hab dir gesehen. Headshot. Okay, das war kein Headshot. Mhm, klar. Genau. Halt mal still. Bisschen blöd, dass das kein vollautomatisches oder halbautomatisches Gewehr ist. So, ne. Schießen, laden. Schießen, laden. Schießen, bin, laden. Schießen, bin, laden. Was hab ich mit meinem Revolver? Ich find keine Munition mehr dafür. Voll kacke. Voll unausgewogen hier mit der Muni. Hallo, Name und Freund. Genau, bleib mal schön stehen, damit ich mich ziehen kann. Sehr nett von dir. Ja, jetzt duckt er sich gerade, wo ich schießen will. Komm, die Klappe, ey. So, haben wir hier noch irgendwo. Wo muss ich eigentlich hin? Da lang. Dann gehen wir natürlich erstmal hier lang, weil es könnte sein, dass da Munition da rumliegt, ne? Munition braucht man ja in dem Spiel sehr viel. Oh, guck mal. Riesen-Joints hier, ey, geraucht. Das ist noch keine normalen Zigaretten. Nein, 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 nein. Diese kleinen Kiffer hier. Da ist er erst in Zombies verwandeln und dann auch noch hier einen durchziehen. Oh ja, genau. Geh mir langsam auf den Sack, ihr Idioten. Das hat gut getan, ne? Blöder Sack. Was machst du jetzt? Stehst hier rum. Steh halt mal rum, wenn's hier Spaß macht. Oh, Entschuldigung. Wie, die hat den jetzt alleine platt gemacht, oder was? Nee. Natürlich läuft er noch da rum. Toll. Wieso schmeißen mich dem seine Geschosse rum? Man kann auch ein bisschen übertreiben. Ja, vorbei. Das war halt fertig, ich muss weiter. Danke. Oh, oh, Leute. Was zur Hölle ist das? Ich sag dir eins, du brauchst eine Menge Kohle, um sowas Großes zu bauen. Ganz im Ernst. Ich hab nichts außer diesem Sexraum gesehen, indem ich fest sah. Das ist nur... nur eine Statue. Ich hab gedacht, das wär so ein braunes Ding, wo einer wieder rausschlüpft. Warte kurz umschlüpfen. So, bitteschön. Habt ihr gesehen, wie cool ich das gemacht hab? Auf dem Boden. Hingelegt und draufgedrückt. War ein bisschen eine coole Sau, ey. Aber danke. Danke. Danke, danke, danke. Ach, das war's schon. Alles klar. Und tschüss. Einmal hochheilen. Und weiter geht's. Hey, sieh mal. Hier können wir raus. Ja, aber ich muss mit meinen Vorgesetzten sprechen, um zu wissen, wo ich hin muss. Warum muss alles so ein Krampf sein? Okay. Dann suchen wir mal eine Möglichkeit, nach Hause zu telefonieren. Zehn, drei? Was ist das denn? Hä? Drei Medaillons für den Besten. Und man braucht zehn Medaillons, um den Durchgang zum Osten zu öffnen. Was? Mich verarschen. Oh, also kommen wir jetzt in den Westen mit den Medaillons. Medaillons! Ah. Okay, das war jetzt genau wo? Bitteschön. Oh, Leute. Ich gebe schon wieder Nerven hier. Meine Güte, ey. Was denn? Leg dich hin. Oh, die Klappe. So, wo war jetzt dieser Westen? War das hier? Keine Ahnung. Moment. Guck mal. Ah, super. Geil. Das war auf jeden Fall oben, glaube ich. Und was musstest du die letzten sechs Monate ertragen? Einfach alles. Sie versuchten, den Virus in mir zu erforschen. Das gleiche habe ich nach Raccoon City durchgemacht. Und dein zweites Mal war es genauso scheiße. Hm. Scheiße. Tut mir leid. Man, hier ist ja ganz schön oft scheiße, Leute. Oh, guck mal. Ich habe ein Medaillon. Wir brauchen insgesamt zehn. Insgesamt zehn. Wir haben jetzt... Brauchen wir noch... Sechs. Hey, Junge. Oh, Munition. Wunder. Ach, da oben. Hä? Ich sehe gar nichts. Wo ist er denn? Steckt sich, der kleine Mann. Kleine Chinese. Oh, jetzt kommt er wieder ein Katana. Oh, hier hast du dein Katana ins Gesicht, ey. Lappen. Oh, spiel. Cherry, was machst du? Hau nimm doch mal richtig aufs Maul da oben. Komm los. So macht man das. Dann liegt immer noch. Jetzt mich verarschen. Hast du bald mal genug da oben? Boah, fuhl, gehst du erst mal auf den Sack. Der Penner. Moor, Hohn 5000. Also das ist schon Moor-Hohn-Folge Nummer 5 mittlerweile. Seht schon, also... Die Kampagne macht da weiter, wo die Chris-Kampagne eigentlich aufgehört hat. Bin ich voll toll. Bin begeistert. Bin ich besser da oben. Heute haben wir ja... Famigoreng. Finchau. Chichau. Mit alles. Können wir jetzt mal weiter? Oder wie lange geht denn das jetzt hier noch? Meine Güte. Wie am Fließband. Ich spring herunter und sterbe. Dann kommt mein Kollege, springt herunter und stirbt. Dann kommen die anderen durch die Tür und sterben. Wie am Fließband geht es weiter. Und ich trete dir ins Gesicht. Du kleiner Wicht. Dankeschön. Boah, ich glaube ich habe eben auch Revolver-Munition gefunden. Boah, wie geil ist das denn? Das sind zwar nur 5 Schüsse, aber ich meine... Ist schon wieder einer hinter uns. Boah, komm ich mal zum Nahkampf. Boah, so. Ja, gut. Er läuft doch rückwärts, ey. Also... Also kriege ich jetzt alle Metallions hier in einem Raum oder was? Das ist sehr... Abwechslungsreich. Vor allem mit dieser dynamischen Musik, die ja zur Zeit im Hintergrund die alles so schön untermalt. Wer die Ironie findet, darfst du natürlich behalten. Ah, da ist das nächste. Also wir kriegen jetzt alle hier im Raum anscheinend. Cool. Das ist sehr anspruchsvoll. So. So war einer wieder. Alles klar. Komm mal her. Ja, komm ruhig. So. Hast du das nächste Medaillon? Oder? Hast du eins? Hast du eins? Nee, natürlich keins. So. Können wir jetzt weiter oder wie sieht es aus? Langsam nervt es. Alles genau angucken. Ach, ich höre schon wieder allen. Geht es schon wieder weiter. Hallo? Na? Boah, wie die abgeht. Komm. Das sieht auffällig aus. Was spielt er jetzt? Wie geil ist das denn? Mein Controller, der spinnt schon wieder. Oh mein Gott, Controller. Kleiner Controller. Ja, der weiß natürlich genau, welches Lied man spielen muss, damit die Dinger da rauskommen. Geil. So, vier. Wie vier? Wir hatten doch schon drei. Brauchst du jetzt nochmal komplett zehn oder was? Das ist ein Scherz. Das ist ein stabile Glastik. Mein lieber Mann. Oh, da ist das nächste. Gut, es geht noch. Also ich habe schon schlimmere Sammelquests jetzt hier gemacht. Oder so Aufgaben wie Chris zum Beispiel. Boah, guck mal. Das ist so ein Liebesbad. Weißt du, wie man so schön entspannen kann? Boah, boah. Oh, jetzt hab ich verarschen. Was willst denn du hier? Wieder ungestört sein. Piss dich. Ja, verbrennen halt. Egal, egal. Das war's da. Ja, ja, schlüpf ruhig aus deinem Kokon. Aus deinem Kokon. Komm, schlüpf. Schliff aus deinem Kokon. So, jetzt schlüpft aus deinem Kokon. Achtung. Und. Bam. So, macht man das Läufen. Und jetzt wird fröhlich gelootet. Lalalalala. Lalalalalala. Lalalalalala. Wo ist das nächste Teil? Das nächste Teil. Das ist so geil. Und ich krabbel durch die rosa Suppe. Und da ist aber nichts. Bam. Ja, wo ist es denn? Wo ist es denn? Wo ist das gute Stück? Aha, okay. Genau, also ich stelle auch immer in meinem Anwesen irgendwelche komischen Kästen vor eine Tür, wo man eigentlich durchgehen soll. Das ist sehr logisch. So, jetzt hätten wir eigentlich schon 10. Aber anscheinend muss ich nochmal komplett 10 sammeln. Die ersten drei, die zählen nicht. Voll die Verarsche eigentlich. Ich hoffe, dass mein Controller jetzt auch keine Mucken mehr macht, aber das nervt ein bisschen. Wenn der dauernd ausfällt, komm her. Man nennt mich auch Chuck Norris von Resident Evil. Gib mir was. Gib mal den nächsten Topf. Er gibt mir was, siehst du? Achso, einer schon wieder. Okay, warte. Ich geh schon mal in den Steller. Stell dich doch vor mein Visier. Machst du voll toll. Ba, ba, baum. 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 Chong, ching, chong, chow. Ba, ba, baum. Ba, ba, baum. Lauf schon wieder auf die andere Richtung. Mir doch egal. Äh, in die andere Richtung meine ich. Auf die andere Richtung. Cooles Deutsch. Ba, ba, baum. Ba, ba, baum. Chong, ching, chow, ching, chong. Tut mir leid, dass ich so blöd rumhampel und rummache, aber... Das ist halt mittlerweile so langweilig und öde einfach nur. Diese Einfallslosigkeit im Spiel. Da muss ich baum, baum machen. Ba, ba, chow. Was? Ja, was? Entscheide ich jetzt mal, wo du hinlaufen willst. Das ist viel. Ching, chong, chow. Schon wieder leer. Pistole leer. Ching, chong, chow. Auf, 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 auf. Ich laufe weg. Du kleiner Depp. Juppie, joh. Zwei noch. Ching, chong, chow. Was machst du? Sherry, alles klar. Sherry, Sherry, Lady. Resident Evil is so crazy. Wo ist der Zombie hin? Schwunden. Ah, was? Ach, das zählt jetzt komplett als die, 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 die. Die, 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 die. Die wir brauchen. Wir brauchen zehn. Hä? Also, wir hatten drei eingesammelt. Haben die da rein. Insgesamt brauchen wir eigentlich zehn. So, da gehe ich davon aus, dass man noch sieben sammeln muss. Wir haben jetzt acht gesammelt und anscheinend sind die jetzt komplett. Logik. Äh, ja. Also Capcom hat auch das Zählen verlernt anscheinend. Boah, das ist wie ein Spielautomat hier. Ein Jackpot. Und? Ah, wieder nichts gewonnen. Verdammt. Jetzt aber. Ah, wieder nichts gewonnen. Jetzt aber. Was ist denn das hier? Voll der Scheißautomat. Och, halt die Fresse. Achso, man kann mehr sammeln, als man eigentlich braucht, oder was? Okay. Hm. Gut. Ach, guck mal, mein Freund. Da ist er ja wieder. Ich habe mich gesucht, du Arsch. Du warst nur die ganze Zeit. Spät kommen mit einer Kugel bestraft. Haben halt die Klappe. Meine Statue, meine Schachfiguren gut ist. Apropos Schachfiguren, es gibt jetzt auf Steam Battle Chess, Early Access. Das habe ich früher gespielt, die alte Version aus den 90ern. Ist eigentlich saugeil. Nur Early Access, ne? Ich habe mittlerweile so viele Early Access Titel, ich würde halt gerne mal wieder was Fertiges spielen. Und niemandem Geld in den Arsch stecken, der dann alle zwei Jahre mal ein Patch rausbringt. Ne? Was ist das? Daten ihrer Experimente. Also gut. Ich habe etwas gefunden. Und steckt sie da rein. Oh Gott. Oh cool, eine iPhone-Hülle. Alles ist da. Ruf doch deinen Boss an. Ich bin's. Sherry Birkin. Ja. Ihnen geht's gut. Wir wurden inhaftiert. In einer Anlage. In China. Wirklich? Okay. Ich schicke die genauen Koordinaten. Sie sind bereits in China. Es ist vorbei. Wir sind gerettet. Juhu. Bist du fertig? Wie nett. Fertig. Juhu. Verschwinden wir endlich von hier. Lass mich ran, gleich kommt der große Knall. Und der Dicke mit seiner Bohrmaschine in der Hand kommt wieder vorbei. Hallo. Ich bin wieder da. Oh Mann ey, das ist so bescheuert. Da habe ich voll die geile Waffen, kriege ich keine Munition dafür. Eine Pumpkanne wäre mal geil. Gehen wir. Mit diesen Typen ist nicht gut Kirschen essen. Ich will auch keine Kirschen essen. Oh, geht's. W. T. S. Alter, will sie mich jetzt verarschen? Oder was? Was macht denn der Panzer hier? Wo ist die verdammte Treppe? Hier war doch noch einer. Scheiß Panzer, kriegst du mich eh niemals. Vorbei. Vorbei. Willst du schon ein bisschen schneller sein, mein Freund. Dein Treckspanzer. Der ballert mich mit dem MG um, willst du mich verarschen? So. Arsch. Penner. Was soll denn das auf mich hier ballern, wenn ich beschäftigt bin? Vorbei. So. Mh, mh. Ihr Schweine, geht mir auf den Sack, ey. Kannst du mal sterben? Ich mach's mal auf den Sack, ey. So. Scheiß. Willkommen dann noch. Sag mal, jetzt reicht's mir aber langsam hier. Ihr Nervensägen, ihr Dreckchen. Der Panzer so dumm schießt die ganze Zeit an die Säule, der Trottel. Schon mal richtig zu zielen. Ja, schon wieder vorbei. Ja, komm hoch. Was ist los? Wo ist er denn? Sherry. Sherry? 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 Sherry! Ja, komm. Sherry? Nicht jetzt. Wie, nicht jetzt? Ist das bescheuert oder was? Sherry, hier nach. Komm. Heilig. Geht klar. Oh, ich muss dir helfen. Okay. Mann. Ich bin los. Ja, eigentlich bin ich ein Gentleman. Aber ich habe gedacht, ich schaffe das alleine. Lauf. Boah, mach doch mal Platz. Ist los. Ach so. Den Ninja Kick, da habe ich ihn natürlich gebraucht. Junge. Was zur Hölle? Was ist das denn? Ja, der fällt. Genau. Verarschen. Aua. Penner. Geh auf. Boah, die Kamera schon wieder, ey. Ach, scheiße. Ey. Ich freue mich echt, was Capcom sich bei der Scheiße gedacht hat. Ach, wir machen die Kamera mal vor das Gesicht. Und wenn er um die Ecke laufen muss, lassen wir die vor dem Gesicht, damit er auch keinen Meter weiß, wo er hinterlaufen muss. Das ist top, ey. 1A. Ich sehe auch so gut, wo es so lang geht, da hinten, ne? Unglaublich, ne? Tch, come on. Ich hätte es eben fast wieder verkackt, habt ihr gesehen? Ich hasse so Stellen. Gut. Wow.